hallo zu meinem video heute mal ganz kurz noch ein tipp zu hardware und system infos ich habe hier wenn ihr sehen möchtet hier auf der rechten seite gquell laufen das könnt ihr bequem unter ubuntu software center unterladen wird auch so gquell ich zeige es euch mal gquell genau so wird es auch geschrieben und danach könnt ihr es installieren ihr könnt auch verschiedene themen installieren und dann sieht das jedes mal anders aus hat so leichten durchsichtigen hintergrund bei youtube mit ihr sehr viele verschiedene videos dazu ich starte es hin und wieder mal wenn ich verschiedene aufgaben machen um zu sehen wie so mein system ausgelastet wird dazu hat man natürlich auch noch bord mittel das zeige ich mal kurz system überwachen hier könnte zum beispiel sehen was für eine version oder linux ist was für ein kernel eben wie viel speicher und wie viel verfügbarer speicherplatz auf eurer festplatte ist nur seht ihr jetzt zum beispiel hier nicht was für ein herrscher dieser festplatte hat man hat auch nicht so ganz genau den übersicht über den prozessor eben welcher prozessor es ist ja und bei mir handelt es sich jetzt um ewe bridge aber das sehen wir ja hier durch diesen informationen unter system leider nicht datei system sehen wir noch mal unsere festplatte dann sehen wir hier eben momentan ja werte wie unser system ausgelastet ist wir haben eben hier unser aufnahmeprogramm laufen und wenn ihr dann halt mehr über das system informieren also herauskriegen möchtet dann würde ich euch empfehlen das sys info von ubuntu software center euch bequem zu installieren dann öffnet ihr die software so wie ich jetzt auch gegen das system und schon bekommt ihr ein bisschen mehr informationen wie unter den bord mitteln und zwar eben kerneln wenn ich jetzt hier sehe ubuntu precis und ja linux was für eine version wir haben und ja ich auch version wen das was sagt und eben der hostname ist dr ubuntu auf dem latitude e 5530 wenn wir jetzt hier und auf cpu klicken dann bekommen wir auch eben die informationen dass ich ein intel prozessor habe mit vier kernen dann genaue modellname das ist der i5 32 10 m cpu mit 2,5 gigahertz jetzt der frequenz l2 cache wie groß der ist ja mehr details kriegen unter more details dann sehen wir hier eben was für eine family group modell und diverse andere informationen unter memory schauen wir noch mal wie viel arbeitsspeicher unser system hat wie viel davon belegt sind ja und hier haben wir noch mehr details dann sehen wir noch mal eben wie viel gecast wird ich will aktiv ist und wie viel inaktiv ist so so jetzt gucke ich noch mal auf unsere storage dann sehen wir hier eben dass ich ein samsung ssd 840 verbaut habe eben diese informationen fehlen auch unter den bordmitteln und was für ein laufwerk von der firma machita ein dvd plus minus rw laufwerk ist verbaut hier hardware host bridge gucken wir noch mal was die informationen wir da kriegen das ist alles informationen über das moderne bord hier haben wir nämlich noch mal so ein pull down menü ich gehe mal an isa bridge da seht ihr eben andere informationen ja jetzt mal die grafikkarte vga kompatibel grafikkarte und intel corporation eb bridge graphic control also ihr seht dass eben das eine grafikkarte ist die auf dem prozessor integriert ist das ist eben die hd 4000 das steht leider so nicht da aber ja man sieht durch diese informationen das ist was mit dem prozessor tun zu tun hat und da die eb bridge familie den 4000er drinnen hat weiß man eigentlich bescheid welche grafikkarte um welche grafikkarte ist sich hier handelt schauen wir uns mal die soundkarte an da sehen wir auch eben dass es intel corporation also eine intel in intel chip ist und dementsprechend kann man sich zum beispiel auf treibersuche oder eben wenn man irgendwelche probleme hat in foren das so angeben schauen wir uns mal netzwerk an den netzwerk controller ist ein intel corporation centrino ja ist halt auch ein intel wort drauf boardcom corporation eben boardcom ist ein bekannter bekannte firma für netzwerk adapter und auch hier kriegen wir detaillierte informationen eben sys info ist eigentlich meine empfehlung für wenn ihr was von der hardware rausbekommen möchtet und gleichzeitig geht um es zu überwachen ich hoffe dieses video war hilfreich ihr könnt was damit anfangen bis zum nächsten video wir sehen uns